Interessant ist es eigentlich für jeden Menschen, in jeder Alterssituation. Da wir alle nicht wissen, wann unser Leben zu Ende ist, kann man schlecht sagen, ich mache das in der zweiten Lebenshälfte. Ich weiß nicht, ob jetzt schon meine zweite Lebenshälfte ist oder nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu regeln.